Jo moin Leute, herzlich willkommen zum 24. Spieltag der Easy Credit BBL Basket bei Bundesliga für die Saison 2023-24 Predictions. Los geht's, alle Spiele live auf Dein. Heute um 20 Uhr MHP Riesen Ludwigsburg gewinnen gegen Löwen Braunschweig 9.90 zu 77. Dann morgen um 18.30 Uhr Alba Berlin unterliegt Tigers Tübingen 66 zu 77. MLP Cademics Heidelberg schlagen die Rostock Seawolks 98 zu 66. Dann um 20 Uhr Centenex MBC unterliegen Hagroh Merlins Keilzein 85 zu 91 nach Uvertal. Und morgen um 15.30 Uhr Würzburg Baskets schlagen die Hamburg Towers 108 zu 100. Dann BG Göttingen gegen FC Bayern München. Das Ganze geht 98 zu 99 aus nach Overtal für FC Bayern München. Herzlichen Glückwunsch! Dann um 17 Uhr Bamberg Baskets unterliegen die Niners Kimnetz 108 zu 132. Dann übermorgen, dann am 18.03. um 20 Uhr Rasterfechter schlagen die Ratiofarm Ulm 99 zu 88. Und am 26.03. um 20 Uhr Telekom Baskets Bonn gewinnen gegen EWE Baskets Ollenburg 78 zu 66. So, das war's vom 24. Spieltag mit den Predictions der Easy Credit BBL Basketball Bundesliga für die Saison 2023-2024. So, wenn ihr das Video gefallen habt, lasst ein Dornchen nach oben da, vergisst kein Abo, dann nimmst das Glöck hin, das nicht vergessen soll aktivieren. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigung auf diesem Channel. Bis dann, good basket. Ciao.